Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, danke für die Hilfe, Chef. Nicht dafür, immer gerne. Ich bin so verspannt. Ich merke nicht mal mehr, dass unter meinem Rücken noch ein Arsch sitzt. Ich muss mich endlich mal wieder richtig locker machen. Hilfe. Ich muss mich endlich mal wieder richtig locker machen. Ich bin so verspannt. Ich merke nicht mal mehr, dass unter meinem Rücken noch ein Arsch sitzt. Hilfe. Ja, ich mach dich locker, Baby. I'm your lover tonight. Habe ich da hinten etwa gerade was gehört? Ganz wichtig. Ich bin der T-Wall. Und willst du das mit einer Katze in mir aufnehmen? Verspannungen sind total mein Ding. Pass bloß auf, dass ich dir nicht das Fell über die Ohren kippe. Jetzt schlappen die Palle aus. Entschuldigung, könnte ich vielleicht... Ey, wir brauchen deine Hilfe. Ich, Chef. Alles unter Kontrolle. Bitte? Was sagt denn Sie gerade? Ihre Brille. Was? Ah ja. Oh, ich kann's kaum erwarten. Ja. Was ist das denn? Ayurvarische Massage. Ich helfe gerne. Wo ich kann. Ich liebe es, wenn ein Mann weiß, wie er mich anfassen soll. Wenn ich dich auf einen Drink einladen darf, dann zeige ich dir noch ein paar ganz andere Techniken. Was für ein Vollidiot. Okay, Baby. Wir sehen uns später. Ich freue mich auf dich. Also. Na ja. Baby. Hey, Süße. Ich dachte, ich hole dich hier raus. Ja. 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 Ich freue mich. Okay. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020